So zum Medienradio Hier haben wir das Modell Zwei kleine Lautsprecher Soll ich das mal ... 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 Direkt unter dem Papier ist was, sehr wahrscheinlich eine Schraube, die ich brauche, ohne komme ich sicher nicht dabei. Das machen die Hersteller aber auch wirklich schön direkt, immer unter dem Papier die Schrauben verstecken. Ach komm schon. Oder ist gar keine Schraube, oder? Ja gut, das ist keine Schraube, aber es wäre nicht das erste Mal, wenn da eine Schraube gewesen wäre. Oh, fällt der schon halb auseinander, wenn jemand das ordnet. Was ich nicht erwartet hätte, Neodym Lautsprecher. So, jetzt erstmal den Teil auseinander. Schön bombenfest abgeschraubt, sodass man es im Idealfall nie öffnen muss. Was mich mal interessieren würde, was das Teil gekostet hat, das Radio. Aber daher ist es irgendwann wahrscheinlich mal ab, bei all dem Angebot war. Wird es wahrscheinlich nicht die Welt gekostet haben. Also, jetzt mal ab... Was. 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 Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist halt für so CD's lösen. Und da ist sogar eine CD drinnen noch. So, machen wir mal auf. Was haben wir diesmal an CD's? Das ist definitiv nicht mein Radio gewesen. Aber ich weiß, ich hatte auch so ein Radio mal. Plastik. Hier die Feder. Und hier halt ein Rädchen. So, das hat der Aufzugmechanismus. So, zum unteren Teil. Die Lautsprecher. So, zum unteren Lautsprecher. So, zum unteren Teilen. 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 So gehen die jetzt eigentlich raus. Oder ist das festgeklebt. Oder ich hab ne Idee. Oder ich hab ne Idee. Die beiden Schrauben hier. So, zum unteren Teilen. So. Das könnte möglich sein. gut. Da. Er hat da. 2 Watt Lautsprecher hier. Schade eigentlich, dass man die nicht festschrauben kann, das habe ich auch noch nie gesehen. Zur Hälfte zu und nur da wo die Anschlüsse sind, offen. Das erste Mal, dass ich so einen Lautsprecher sehe, von der Art vorbei. So kriegt man ihn auch gleich raus. Bei solchen Sachen sollte man aufpassen, dass man sich nicht an den Verringern fährt. Oder die Membran vom Lautsprecher beschädigt. Hm, kleinen Knick hat die Membran bekommen, aber das ist halb so schlimm. Hoffe ich doch mal. So, zum nächsten Lautsprecher. So, zum nächsten Mal. 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 So, zum nächsten Mal, details. Der sieht auch nicht besser von der Membrane aus. Entweder waren die schon vorher leicht verbogen, was bei solchen Billigteilen natürlich sein kann. Oh ja, ich habe sie verbogen gerade. Ich habe sie verbogen. 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 Die ganzen Knöpfe sind anscheinend festgeklebt. Ja, wie man sieht, festgeklebt. So, hier ist das Display dran. Muss man eigentlich abnehmen können. Eine Lage vom Displayklammer entfernt. Ist auch nicht schlecht. Das ist ja noch ein sehr altes Display. Da kann man sogar schon einige Lagen entdecken. Das wird wahrscheinlich Acryl, Glas oder Hartkunststoff sein. Hier das Glas vom Display. Und das ist halt so das Papier, was dazwischen war. In dem Fall bloß eine Lage, was natürlich für schlechte Qualitäten deutet. Hier sind die beiden zwei LED's, die die Hintergrundbeleuchtung sind. Und hier am Rand die ganzen Knappe, also die Bedieneinheit. Hier ist wahrscheinlich der Prozessor dann. Oder ein anderer Chip. Kann auch sein, dass das Arbeitsspeicher oder sowas ist. Steht bei den kleinen meistens nicht dran. Und es ist auch nicht leicht erkennbar. Und es ist auch nicht leicht erkennbar. So sieht aus, wenn man das hier als erstes abmachen sollte. So sieht aus, wenn man das hier als erstes abmachen sollte. So sieht aus, dass das Zeug auch immer festgebildet sein muss. So sieht aus, dass das Zeug auch immer festgebildet sein muss. Das ist halt das Kühlpad in dem Fall. Eine dünne Kupferschicht. Mal schauen, ob ich die abgezogen bekomme. Manchmal schafft man es ja. Na ja, mehr oder weniger gut bekommt man sie abgezogen. So. 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 wird dann Leute mit Kraft hochziehen und raus. Und schon hat man sie angehoben. In der Sache von 5s. Dass das immer alles verlötet sein muss. Klar muss es günstig sein. aber trotzdem kann man mal ein bisschen schrauben, oder nicht? So, das ist der Traffer. Wo halt das Netzkabel direkt dran geht, schraube ich jetzt nicht extra ab. Da sieht man auch gleich die Hauptplatine hier. Mann warum geht das jetzt nicht? Oh, ist das mies. Jetzt sollte man es mal mit einem kleineren Schraubenzieher kommen. Also eine Schrauben sind echt mies bei solchen Geräten, gerade wie die gerade eben. So, jetzt bekommen wir auch das toll ab. Wenn man es nicht mehr hat, dann kann man es nur zu tun. So, das ist ein riesig, dass ich mal ein paar Unterlasen habe. So, wenn man es weiterher ist, wenn ich sicher hier mal ein paar Mal zurückge'm. So, das ist nicht so weit, das ist gar nicht so weit. So, ich bin ganz sicher, dass ich mal ein bisschen weiß, weil ich es hier hyper viel Align. So, ich habe es zu tun, ich hab, dass ich das gar nicht so weit verbeheben. So, ich habe es hier nicht so weit. So, ich habe es hier mal einfach gespelt. So, ich habe es auch immer mehr als riesige, es gibt es hier einfach zu sein. So, ich habe es hier im Vor перемont. So, ich habe es hier noch nicht so etwas zu tun. Du, dass ich schon immer machen? So, ich muss das hier. Und um mich zu korrigieren, das ist der Hauptchip, also der Prozessor. Das hier sind halt die Nebenchips, Arbeitsspeicher und so weiter. Oder halt Speicherchips. So sieht die Platine aus. Tschüss bis zum nächsten Video.